Der Honda HR-V E-HEV bietet auf einer Länge von 4,34 m 5 wirklich überzeugende Sitzplätze. Meine persönliche Schokoladenseite ist das sportliche Heck. Auch die Sitze auf der geteilten Rückbank bieten eine enorm großzügige Weinfreiheit und ein und zusätzlich durch den Honda-typischen Glattmechanismus viele Vorteile beim Belagen. Primärer Antriebsmotor beim E-HEV System von Honda ist der Elektromotor, der direkt und getriebelos die Vorderräder antreibt. Dies erfolgt dank 253 mm Drehmoment auch vollkommen ausreichend. Das soweit als kurze Notiz. Den Rest meines Eindrucks habe ich als Download-Link in die Beschreibung eingefügt. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch oder Abo da. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.